Das war ein Scherz. Läuft jetzt erst. Jetzt läuft es wirklich. Wir haben jetzt auch keine Zeit für so einen Spaß. Also wenn du das jetzt richtig machen willst, dann mach es jetzt richtig. Wir befinden uns hier auf der Yukon und das habe ich jetzt nicht zum ersten mal gesagt glaube ich heute, aber wir haben heute jemanden ganz besonderen hier. Wir haben nämlich die Moderation der Show hier und ihr seid wer? Ich bin Mauri, Maurizio, aber Mauri. Und ich bin Nathalie, aber auch Zwusel. Zwusel, okay. Ihr seid ja heute nicht einfach nur so, da ich gehe davon aus ihr lauft nicht privat so rum. Auch ihr habt heute einen Kurs an. Habt ihr das selbst gemacht? Leider nicht. Nein, es ist tatsächlich ein gekauftes Outfit. Zumindest bis hier. Make-up und Haare und so sind natürlich gestylt. Herflip. Ja, tatsächlich. Also auch zusammengekauft und so, aber wir haben immer so eine Regel. Am ersten Tag der Con, also an dem Yukon Samstag, haben wir meistens ein richtiges Cosplay an zu einer richtigen Serie und am zweiten Tag haben wir eher so ein gemashtes Outfit und das ist jetzt halt an Fluch der Karibik angelehnt, weil schleimig haben wir nicht hinbekommen. Aber man muss auch dazu sagen, das ist so ein billig Ding und für 20 Euro von Amazon und wir haben es gepimpt. So nämlich. So nämlich. So nämlich. Herr Fletch. Sehr cool. So, aber ihr seid ja die Moderatoren hier und ihr macht es höchstwahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Das wievielte Jahr ist es, indem ihr hier schon die Moderation auf der Bühne übernimmt? Also ich bin jetzt die fünfte Yukon glaube ich dabei. Haben wir gestern Abend noch gezählt. Und ja, irgendwann hat die mich dafür quasi versklavt. Und sie hier, ich glaube sie kann für sich, kannst du für dich selber sprechen? Ja, ich kann auch für mich grünisch selber sprechen. Ich bin Urgründerin und bin also seit Anfang an dabei. Das heißt seit wieviel? Oh, also tatsächlich seit, sind das jetzt auch fünf Jahre? Also wir haben davor ein kleineres Projekt gemacht und das ist dann in das Größere übergegangen. Also ich denke mal, ich bin sieben Jahre dabei, aber wann Yukon genau angefangen hat, weiß ich gar nicht. Ich bin schlecht informiert. Es ist so, als würde es das schon ewig geben. Wir sind alle Fantasy ever, ever. So, ihr habt ja die Bühnenschau hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, euch gefällt die ganze Show. Also als Zuschauer ist es wirklich atemberaubend. Aber jetzt mal so an die Leute, die jetzt da vorne zuschauen und dieses Jahr nicht hier waren. Was würdet ihr ihnen raten für nächstes Jahr? Was versprecht ihr für nächstes Jahr? Inwiefern? Also vom Programm her? Ja, so wie blendend es hier wird, dass man unbedingt vorbeikommen muss und so. Also wir planen natürlich immer schon Jahre im Voraus und wissen schon, was nächste Yukon sein wird. Feuerwerk. Aber es werden wahrscheinlich wieder ganz grandiose Acts. Wenn ich mich nicht recht täusche, ist glaube ich nächste Yukon auch wieder Dango da. Das ist quasi unsere hauseigene Showgruppe, die auch sehr beliebt ist und immer eine sehr tolle Show abliefert. Mit ihrem Premierstück wieder. Also Dango feiert immer auch ihre Premiere mit den neuen Stücken auf der Yukon. Deswegen kann man das hier immer als erstes sehen. Das ist immer ein Highlight auch. Also Premieren-Süchtige direkt hierhin kommen, hier Premiere erleben. Von Dango? Dango. Dango. Und Spooky. Das auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, ich würde gerne einfach mal Programmpunkte miteinander kombinieren. Ich hätte gerne, dass demnächst unter Hypnose die Leute einfach Poi-Elemente in die Hand bekommen und dann gucken wir, was passiert. Das ist so der Plan. Ich sehe da schon krasse Jedi-Battles hier mit diesen Pongs und das wird genial. Also nächstes Jahr Feuerwerk auf der Bühne. Wir setzen alles in Brand. Alle werden hypnotisiert. Alle kriegen Pong-Pongs. Jedi-Fight. Und nächstes Jahr euer Outfit. Das wird... Mit dem Thema angemessen. Mit dem Thema angemessen. Das genau. Das wird ja immer nur kurz vorher. Oder kurz heißt ja Wochen vorher ausgelost, was das wird. Ja, meine Lieben. Bis da, ne? Das hat zu Hause geliehen bald. War doof, ne? Da kommt er nächstes Jahr einfach vorbei. Da ist wieder Riesenshow hier mit Feuerwerk. Und die beiden als Löwen verkleidet. Django ist überall. Kommt da vorbei. Ich bedanke mich. Bis bald. Ciao.